Wir springen, rasen, gleiten und schweben, heben ab und landen, staunen und erleben. Wir träumen. Träumen von Freiheit, von Flügeln, von Höhen und Perspektiven. Träumen davon, wie ein Vogel zu fliegen. Doch trotz der Erfindungen und all dem Bestreben, gelang es uns nie, uns wie ein Vogel zu erheben, die Flügel zu schwingen und durch die Lüfte zu bewegen. Bis jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020